Yo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch einen neuen Overpowered Gesundheitsglitch zeigen. Ja, das ist kein Godmode-Glitch. Ihr könnt nämlich durch zum Beispiel Kopfschüsse oder durch Gas sterben. Ja, aber der Glitch ist auf jeden Fall echt nice, um Heißvorbereitung zum Beispiel zu spielen. Leider ist der Glitch nicht lobbyübergreifend. Ja, was braucht ihr denn für den Glitch? Ihr braucht dafür einen Winnie Easy aufgetunt. Also ihr müsst die Stachel hinten drauf haben. Das ist ganz wichtig. Und ja, wenn ihr das dann soweit habt, dann können wir auch dann direkt losstarten. Geht einfach mal auf Options, auf Online, dann geht ihr auf Jobs von Roxy erstellt, auf Mission und startet einmal die Mission Künstliche Verknappung. Dort im Jobmenü angekommen, müsst ihr euch dann die schwerste Panzerung kaufen. Und ja, jetzt im Job angekommen, wählt ihr euch einfach irgendeine Waffe aus. Geht dann an den Easy ran, drückt dann R1. Müsst ihr noch vorsichtig sein, dass ihr nicht stirbt dabei. Und nun müsst ihr einfach nur mit L2 zielen. Ein paar Mal. So zwischen 5 und 10 Mal. Ihr werdet merken, dass euer Controller vibrieren wird, wenn ihr die Vibration eingestellt habt. Wie gesagt, einfach so 5 bis 10 Mal zielen. So, haben wir das dann gemacht. Dann testen wir es einmal und ihr seht, dass ich jetzt nicht sterben werde. Als nächstes können wir dann den Job einfach übers Handy verlassen. Und ja, jetzt in der Open Lobby angekommen, werde ich es euch mal zeigen. Und ihr seht, ich sterbe immer noch nicht. Und ja, wie gesagt, ist kein kompletter God-Mode. Ihr könnt auf jeden Fall durch Kopfschüsse oder durch Gas, könnt ihr auf jeden Fall sterben. Und ja, nutzt den Glitch auf jeden Fall für Heißvorbereitungen zu machen hier in Open Lobby. Ist auf jeden Fall echt nice. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.